Ja, ihr Lieben, es kann ja wirklich nicht immer Satirebeiträge geben. Jetzt mal wieder hier so ziemlich ganz hatter Tobak, kann man da schon sagen. Ja, also da kommt jetzt wirklich heute keine Satire drin vor. Aber nochmal, auch da, wenn Satire drin ist, sind die Themen nicht weniger dramatisch. Oder nicht viel weniger dramatisch, aber manchmal geht es halt nicht. Oder dann ist es mir auch nicht danach. Und das könnt ihr dann wieder gerne schauen bei VK, Beatshoot, Odyssee oder Rampel. Und dann sehen wir uns doch hoffentlich gleich wieder. Macht's gut, tschüss.